Nahrungsergänzungsmittel sind in vielen Einnahmevarianten, Arten und Marken erhältlich. Welches Nahrungsergänzungsmittel passt am besten zu Ihnen? Bei der Auswahl Ihrer Nahrungsergänzungsmittel ist es wichtig, dass diese an die Art Ihrer Operation angepasst sind, damit Ihr täglicher Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen angemessen gedeckt wird. Bei Fit4Me entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich weiter, um Ihnen das Beste zu bieten. Unsere Nahrungsergänzungsmittel basieren immer auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind speziell mit den richtigen Dosierungen für die Art Ihrer Operation zusammengesetzt. Diese dringend benötigten Vitamine und Mineralien sind in einer Kapsel oder Kautablette enthalten, sodass Sie Ihre tägliche Aufnahme leichter umsetzen können. Nehmen Sie Ihre Nahrungsergänzung nach dem Mittag- oder Abendessen. Mit dem Fit4Me-Konzept erhalten Sie Ihre Nahrungsergänzungsmittel automatisch alle drei oder sechs Monate. Zusätzlich erhalten Sie 10% Rabatt und Sie haben immer genug Nahrungsergänzungsmittel zu Hause. Für uns bei Fit4Me steht Ihre Gesundheit immer an erster Stelle. Unser Team von Ernährungsexperten hilft Ihnen bei allen Fragen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.